nein restaurants darauf geachtet 16 55 ich verstehe nicht hat sich natürlich zu ich verstehe nicht warum moment beobachtung observation wie bei der polizei wir beobachten jetzt das geschehen nachts wo keiner da ist beobachten wir das ganz genau wir haben 15.000 eingenommen das ist praktisch unser tagesschnitt das ist ein minus warum lieferung personalkosten obwohl das sind doch die schon gewesen 1000 noch was naja okay dafür dass nur 15.000 einnehmen ich glaube damit kann man leben damit können wir durchaus leben würde ich sagen mit dem müll eigentlich auch mal abgeholt der da liegt also hier der 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 möbel ich glaube schon es gab ja immer mehr säcke glaube ich ja jetzt ist jetzt ist ja nicht viel los aber wir warten auch wir bis 6 so haben wir schon fast die hälfte der kosten bezahlt wollte ich sagen aber scheinbar doch nicht okay jetzt 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 kommt hier die action jetzt jetzt machen alle auf bohrsteine sind wieder hochgeklappt wurden heruntergeklappt oder hochgeklappt heruntergeklappt eigentlich okay was sagen wird aktiv wenn auf space taste wenn man die hand legen wenn ich das genau zuordnen kann wenn ihr unten wieder so ein roter punkt kommt ja dann gibt es dann gibt es hier volle randale sage ich euch der komplette rast sich völlig aus ersetzt sich noch kein problem ich glaube ich sehe das problem ne sehe ich nicht okay das ist eine forschung die fertig ist was haben wir denn erforscht den juwelier haben wir erforscht wir haben den juwelier müssen wir warten müssen wir noch warten müssen wir noch warten müssen wir noch warten wir können natürlich jetzt auch anfangen hier fett eine bowlingbahn und ein kino und was weiß ich hier kriegen wir wahrscheinlich mehr kundschaft dann haben wir auch wirklich probleme weil da müssen wir wirklich alles größer bauen würde ich sagen das ist gefährlich was heißt größer bauen wir bauen einfach mehr Läden hin mit denselben Funktionen mit denselben Funktionen klingt auch gut aber wir haben ja hier was ist das denn hier Washing Maschinen ja das ist groß ich glaube das haben wir angefangen mit forschen da machen wir hier auch einfach weiter äh macht der automatisch sehe ich gerade okay halt stopp wer meckert rum es ist 15 Uhr das ist der Lebensmittelladen Moment kann das sein dass die Logik in dem Spiel es vorsieht dass die Menschen eher zu der Kasse gehen die am nächsten am Ausgang ist jetzt mal rein total theoretisch ausgedrückt könnte das tatsächlich das Problem sein was wir hier haben dass die einfach die Kassen bevorzugen die als nächstes am Ausgang sich befinden nein denn Tatsache ist wie ich gerade sehe dass wir hier nur zwei Kassierer haben warum sind hier nur zwei Kassierer sind die alle zu faul oder was ok ich stelle einfach noch einen Kassierer ein wir haben das Geld wir stellen noch einen Kassierer ein und stopp 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 mal nicht so schnell ja nicht so schnell 0 Uhr lassen wir schon gar nicht anfangen die fängt 12 Uhr an 12 habe ich gesagt 12 Uhr der Mitty womit ist das hier 16 Uhr die fängt trotzdem 12 Uhr an jetzt ist aber guck mal es ist die fangen alle zu spät an oder wir nehmen also wir gucken mal wir lassen die mal so dass die 12 Uhr kommt und dann gucken wir uns mal an wie das dann morgen so läuft ne 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 genau also am nächsten Tag das heißt das lassen wir jetzt das packen wir mal weg das stört mich jetzt dann gehen wir zu unserem Restaurant und lassen wieder laufen nichts außer ja dass das Restaurant geschlossen hat wir haben hier tatsächlich noch eine Kundin und zwar Christy Solomon 67 die wartet auf ihren Pfleger der sie abholt und ja sie ist ein Bücherwurm und ein Neat Freak Knurkes spezielle Englischkenntnisse sagen mir dass sie auf mir fällt dazu überhaupt nichts ein was ein Neat sein könnte sie ist auf jeden Fall ein Freak und Neat hat bestimmt irgendwas mit Zirkus zu tun diesen Zirkus Freak ihr Pfleger bringt sie dahin ist irgendwas ganz besonderes ich glaube sie hat vier Arme oder sowas ja es ist halt gehört zu einer Freakshow für ihr Alter hat sie aber einen guten Speed also also ist noch ne Moment die kann ich sogar einstellen sie hat Skills Kassierskills Stock Clock Janitor Cook und Bilder kann ich die einstellen ne bestimmt nicht kann ich ja machen Toggle Dopp Display ich habe eine komplette Statistik Baby sie hat einen Parkplatz gefunden sehr schön ja ist dann Lebensmittelgeschäft gegangen hat dann das Diapers das Klopapier oder Lebensmittelgeschäft irgendwo muss es ja wieder hin die Lebensmittel und der Schmutz ja ihr wisst schon Wow Sing Diapers was ist das das Google Chrome Toilettenpapier oder was sie hat nur das Toilettenpapier gekauft und hat dafür die Schlange blockiert ok looking for pants ok sie hat auch pants gefunden wartet für pants und hat sie gekauft und hat dann Hunger bekommen und hat auch was gekauft sehr schön gut aber ich habe jetzt keinen Fehler entdeckt was jetzt unser Lebensmittelgeschäft angeht es ist Stop What is hier los ok Was Die haben doch alle bedient Das Restaurant war nicht voll absolut nicht voll ok Problem erkannt ich brauche mal keine weil ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen und ich hänge hier noch rum und überlege was hier Phase ist was hier los ist was hier passiert ich glaube das Problem ist dass unser Restaurant nicht lang genug geöffnet hat klingt fast logisch oder fast wir probieren folgendes das ist glaube ich auch das letzte was wir dann probieren manage wo ist der Lebensmittelladen also für diese Aufnahmesitzung Restaurant Lager Fast Food Restaurant Zone das Fast Food Restaurant hat jetzt bis 22 Uhr geöffnet wir fangen auch schon 8 Uhr an meine Freunde ja ihr habt richtig gelesen wir fangen 8 Uhr an der Koch wird dann bereits um 7 Uhr da sein das Doc Clark wird ebenfalls um 7 Uhr da sein und Melinda die fängt erst um 9 an warum fängst du erst um 9 an wenn wir schon um 8 geöffnet hatten du fängst auch um 7 Uhr an wie lange haben wir jetzt geöffnet bis 22 Uhr 22 minus 8 20 minus 46 das heißt wir werden die anderen Leute um 15 Uhr anfangen lassen da bin ich noch eine Stunde nach Feierabend da sind irgendwann da muss er sauber machen das heißt ein Koch der 15 Uhr beginnt immer wieder Pause drücken um 15 Uhr ist dein Arbeitsbeginn mein Freund mein Freund warum eigentlich Moment bis 22 Uhr geoffen haben was habe ich denn hier gerechnet 14 Uhr ach doch ja natürlich 15 Uhr sie sollen eine Stunde länger da bleiben das ergibt eine wunderbare Linie oder das ist nicht gut wir müssen um 14 Uhr anfangen wenn die 15 Uhr erst kommt da braucht die erst da braucht die eine Weile die am Stand ist und dann müssen Kunden warten also fangen wir doch 14 Uhr an und der Koch der Koch der kann um 15 Uhr kommen weil es wird ja genug Lebensmittel schon da sein und der muss dann die Küche sauber machen ne nein Christine kann ich dich wieder feuern wie kann ich dich denn wieder feuern ich möchte dich gerne feuern ich habe zwei Kochs eingestellt ach hier kann ich dich feuern tut mir leid ja es tut mir furchtbar leid es tut mir furchtbar leid aber ich habe es na ganz schlechte miese Kassierer hier okay wir müssen aber zack zack so du fängst 14 Uhr an und der Koch der fängt 15 Uhr an so jetzt so so kann das so muss das dann so jetzt haben wir länger geöffnet jetzt dürfte diese Meldung mit diesem Restaurant Gedöns nicht mehr kommen jetzt dürfte wow sind reichlich Kunden da abends bestimmt Feierabend Dingsbums also kennen wir ja alle gut aber was wir jetzt tun werden ist ich werde die Aufnahmesetzung beenden ich strecke mich noch es bleibt Mittag bei uns meine Güte ähm ja gut äh lieber Basti ich hoffe es gefällt dir dass wir weiter gemacht haben mit Another Break in the Mall und ich hoffe auch dass die vielleicht der eine oder andere auch gefallen dran hat ähm wir lernen hier alle dazu und ich finde es immer noch ein schönes Spiel ich kann mich damit immer noch beschäftigen und äh ja es wird sicher auch weitergehen wir müssen ja gucken ob das Restaurant jetzt läuft dann als nächstes bauen wir noch den Jubilier auf ja also wir brauchen ja ne also es muss ne ihr wisst schon und ähm ansonsten läuft die Offen überhaupt noch oder habe ich jetzt alles umsonst gesagt ne es steht da Aufnahme stoppen das heißt sie müsste ja jetzt laufen egal wir schreiben den Tag 36 21.24 und äh ja ich beende die Aufnahme und mal sehen vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder falls ich nicht wieder irgendwo ins Krankenhaus bin ansonsten einen wunderschönen Tag und lasst euch gut gehen Herr Knorke Ciao die Aufnahme stoppt nicht könnte es sein dass ich dafür eine andere Taste verwendet habe Herr Knorke ich probiere mal eine andere Taste nochmal Tschö Tschö